herzlich willkommen liebe zuschauer zum tipp der woche die earnings season in amerika nimmt langsam fahrt auf und von den tags bringt morgen am dienstag netflix seine zahlen das unternehmen dürfte nach einschätzung der analysten sehr starke quartalszahlen liefern und möglicherweise ist auch dank der corona pandemie eine übererfüllung möglich wir setzen darauf auf jeden fall mit einem entsprechenden call optionschein der es natürlich etwas spekulativer hat und zwar blenden wir den auch gleich ein und zwar hx 6 y tg es ist ein call auf netflix der kostet aktuell 337 hat eine basis von 560 dollar und eine laufzeit nur bis lauf bis jahres ende bis dezember also sehr risky sage ich mal deswegen hier bitte nur eine kleine position machen das omega das dem hebel eines turbo options scheint entspricht liegt bei 6,7 also hier wirklich eine wette auf starke zahlen von netflix stopp kurs haben jetzt etwas weiter platziert 30 prozent unter dem aktuellen niveau um dem ganzen eben dem risiko auch ausdruck zu verleihen wir wissen wie stark netflix nach zahlen reagieren kann aber wir sind guter dinge dass hier wie gesagt die analysten erwartungen übertroffen werden können und der schein dann auch richtig gas gibt ja letzte woche hatten wir einen schein auf asml auf den niederländischen halbleiter zulieferer das unternehmen hat diese woche oder letzte woche zahlen gebracht die waren sehr ordentlich man hat den ausblick bestätigt man hat die analysten erwartungen beim gewinn übertroffen auch der auftragseingang war sehr stark der ausblick auf 2 21 auch der konnte sich sehen lassen die aktie auch nach den zahlen weiter gestiegen ist aber dann ja freitag und am freitag ja mit dem markt oder und am donnerstag auch gefallen deswegen unter dem strich wir sehen es eingeblendet hat sich der schein kaum bewegt nichtsdestotrotz würden wir dem unternehmen und dem option und dem dem schein dementsprechenden noch eine gewisse zeit geben der wird wahrscheinlich nicht mehr eingeblendet den würden wir noch halten doch da ist er doch empfehlungskosten wie gesagt 11 25 aktuell ist ja nichts passiert wir würden hier aber trotzdem noch ein bisschen schonfrist sage ich mal geben für den turbobull für die hw0e u0 da kann sich noch was entwickeln weil asml ist top aufgestellt und dürfte von einer konjunkturerholung die vielleicht durch neue konjunkturpakete in amerika in europa unterstützt wird profitieren also dabei bleiben stopp kurs 89 und dann passt die sache ich wünsche ihnen weiterhin viel erfolg und ja bis nächste woche auf wiedersehen